Hell in a Cell, alleine diese Worte lösen schon eine gewisse Faszination und Vorfreude aus. Und deswegen möchte ich heute auf den Anfang zurückgehen. Wann hat das Ganze mit dem ersten Hell in a Cell Match in der WWE-Geschichte begonnen? Was waren die Vorgänger? Wessen Idee war das eigentlich? Und was macht dieses erste Hell in a Cell Match bei Inja House 18 Bad Blood so besonders? Deshalb freue ich mich jetzt auf unsere gemeinsame Zeitreise. Intro ab! Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, euch hier wieder begrüßen zu können zu diesem besonderen Thema. Ich bin frisch zurück aus Schottland. Hier war ich in Edinburgh Castle. Das habe ich gelernt. Die Schotten sagen Edinburgh. Dieses Edinburgh sagt ja eh keiner. Und das haben sie in ihrer Art dann damals historisch eingenommen. Und diese Castle wunderschön. Ich habe auf Insta einige Bilder gemacht, wie die Aussicht von dort natürlich ist. Ich habe die Highlands gesehen und ich habe Nessie entdeckt. Ja, ich habe Nessie entdeckt. Ich habe das in einer Story schon gemacht. Und ich werde dazu auch den passenden Eintrag bzw. Beitrag auf Instagram noch machen, wie ich Nessie im Loch Nesssee entdeckt habe. So fangen wir nämlich an. Oder ich poste es hier einfach. So viel zum Start. Es geht um Hell in a Cell. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid, auch nach meiner Mini-Urlaubspause, die ich gemacht habe. Und jetzt für Hell in a Cell laufen ja die Vorbereitungen, weil Bad Blood ansteht. Am 1. Oktoberwochenende der nächste WWE Premium Live Event Ex-Pay-Per-View. Und diese Großveranstaltung hat einfach ihren Ursprung in In Your House 18 Bad Blood. Und die Auseinandersetzung fand statt zwischen Shawn Michaels und, deshalb bin ich so gekleidet, dem Undertaker. Und die Voraussetzungen von beiden, die zu diesem Match und dieser intensiven Rivalität geführt haben, sind eigentlich sehr interessant. Es begann, wenn wir so wollen, beim SummerSlam 97. Fangen wir mit Shawn Michaels an. Weil Shawn Michaels war es so, dass er als WWE Champion, was er bei WrestleMania 12 wurde, im Jahr dann 96 wirklich die Last des Champions auf seinen Schultern trug. Nur dem nicht ganz so gerecht wurde, wie auch er selbst wollte. Und wie auch viele Fans durchaus wollten, wie er auch präsentiert wurde. Und das war eigentlich ein ähnliches Beispiel zu Diesel-Kevin Nash das Jahr davor, dass dieser strahlende Topstar, Top-Babyface an der Spitze so nicht wirklich wirkte. Und er hatte den Titel gewonnen gegen Bret Hart. Bret Hart war dann weg, hatte eine Serie aufgenommen, diese Cowboy-Serie, die es da war. Die habe ich tatsächlich nie gesehen. Hat einer von euch diese Serie gesehen? Das würde mich mal interessieren. Die muss ich mir mal irgendwann ansehen. Ich kenne nur Bilder davon. Und dann kam das drüben Jahr 97, als dann Shawn Michaels sein Lächeln verlor. He lost his smile. Und seit dieser Zeit war Shawn Michaels nicht mehr im Titelrennen drinne, kurz vor WrestleMania 13. Er hatte den Titel ja abgegeben, als er beim Royal Rumble 97 gewonnen hatte gegen Sid. Dann gab es In Your House Final Four. Bret Hart gewann den Titel. Und da gab es sehr viele Titelwechsel. Am Ende, nach WrestleMania 13, war der Undertaker, WWE Champion. Er war so diese Konstante für WWE in diesen ganzen turbulenten Zeiten, weil das Problem kam noch dazu, dass plötzlich die WCW extrem stark war und WWE den Rang einfach abgelaufen hat. Ab Mitte 96 damals mit der NWO. Da hatte ich ja das Thema im letzten Video schon mal angeschlagen mit dem Start von Monday Night. Und das war ja nur der Beginn. Das ganz Große kam ja dann erst auf ECW-Seiten. So, WWE war in einer Selbstfindungsphase, in einer Selbstfindungsphase, versuchst du viel. Und Shawn Michaels war einer, der auch quasi mehr seinem Naturell entgegen dann gehandelt hat. Anfang 97 und er wurde mehr so dieser arrogante Bösewicht. Was er da war, dieser Slow-Heal-Turn, den er dann hingelegt hatte. Der zeigt gleich natürlich mit Stone Cold Steve Boston, der gefeiert wurde für seine No-Nonsense-Attitüde. Der Texaner und die meisten. Also, Texas ist das größte Bundesland in den USA. Bundesstaat, pardon. Und prägt auch sehr, wenn du die Texaner hast, da ist ein Großteil davon. Klar, der Undertaker ist auch Texaner, aber damals nicht so angekündigt worden. Shawn Michaels, Stone Cold fanden dann auch noch zueinander. Im Jahr 1997 waren gemeinsam Tag Team Champions, aber das war alles nur sehr kurzfristig. Es kam dann die Rivalität mit Bret Hart wieder ins Spiel und Bret Hart zum SummerSlam 97 wollte das fünfte Mal WWE Champion werden gegen den Undertaker. Natürlich, diese Konfrontation mit Shawn Michaels war ja nie im Endeffekt aufgeklärt. Als das große Rückmatch von WrestleMania 12 gab es einfach nicht, weil Shawn Michaels sein Lächeln verlor. Boah, wer weiß, vielleicht hätte es bei WrestleMania 13 stattgefunden, wir wissen das nicht. Ob da die Parallelen gewesen wären, das wäre ein Thema, wahrscheinlich für ein anderes Video, diese Zeit einmal aufzuarbeiten, weil Bret Hart kam ja in der 96 zurück. So, jetzt wollte er wieder den Titel haben, er konnte ihn nicht von Shawn Michaels holen, weil der halt nicht im Rennen war, sondern vom Undertaker. Dadurch, nur diese Konfrontation mit Shawn Michaels war ja nie geklärt und die hatte sich immer weiter aufgebaut. Und es war ein neuer Shawn Michaels. Bret Hart hatte seine Hart Foundation dagegen, die für das Gute, für das Rechtmäßige stand und auch gut ankam. In Kanada, bejubelt wie Volkshelden, In Your House 16, Canadian Stampede, wahrscheinlich einer der geilsten Main Events, eines der besten WWE Matches, dieses 10-Mann-Tag-Team-Match. Ja, ein 10-Mann-Tag-Team-Match, weil die Atmosphäre das Match gemacht hat und die Geschichte. Und Shawn Michaels hatte sich dann so als Gegenpol entwickelt. Gerade als der Anti-Held. Bret Hart hat es so angesprochen. Bret Hart war jedoch in den USA nicht wirklich beliebt. Er hatte ja auch dieses berühmte Promo gemacht. Ich entschuldige mich bei meinen Fans in Kanada und bei meinen Fans in Deutschland, auf der ganzen Welt. Nur nicht bei den Fans in den USA. Und das war die Grundvoraussetzung. Shawn Michaels auf der anderen Seite hat als US-Hate dargestellt, was er nicht wirklich war. Und da gab es dann auch diese Bedingung. Wenn Bret Hart den WWF-Titel, diesen Titel, nicht gegen den Undertaker gewinnen würde beim Summerslam 97, dann dürfte er in Nordamerika nicht mehr auftreten. Also egal, ob WWE oder BCW oder alles und in Kanada auch nicht. Das war quasi die Bedingung. Und andersrum, Shawn Michaels durfte dann im Match beim Summerslam, wo Shawn Michaels der Gastringrichter im Titelmatch war, nicht zugunsten des Undertakers eingreifen. Wenn das so wäre, dann dürfte Shawn Michaels auch eben nicht mehr antreten. Also das waren die Voraussetzungen quasi auf der Shawn Michaels-Seite, Bret Hart-Seite beim Summerslam. Auf der anderen Seite hatten wir den Undertaker. Und der Undertaker zu der Zeit, er gewann den Titel, wie ich schon gesagt hatte, bei WrestleMania 13. Diese Titelregentschaft war von einer Sache überschattet, nämlich Paul Bearer. Paul Bearer hat sich quasi erstmal wieder reingeschlichen beim Undertaker, denn da gab es ja diese große Trennung beim Summerslam 96 nach dem Boiler Room Brawl, dem Heizungskeller-Match damals, wo Paul Bearer den Undertaker angegriffen hat und so Mankind gewonnen hatte. Und diese Verbindung zwischen dem Undertaker und Paul Bearer völlig, also wirklich verwirrend für die damalige Zeit getrennt war und Paul Bearer Mankind unterstützt hatte und später auch noch Vader unterstützt hatte gegen den Undertaker. Der Undertaker hat sich dann den Titel geholt, doch Paul Bearer hatte ein dunkles Geheimnis, wie es immer so ist, dass es Menschen gibt, die ein dunkles Geheimnis von ihr haben und das war, dass er sagte, der Undertaker ist dafür verantwortlich, dass seine Eltern gestorben sind und dass auch sein jüngerer Bruder gestorben ist und das war die Geschichte. Und deshalb, ich werde das Geheimnis lüften, das Geheimnis lüften und der Undertaker, Paul Bearer wussten, was ist und es war sehr verwirrend zu der Zeit, das Ganze zu machen, weil es war auf ein langes Ziel hinausgesehen und es kam sehr plötzlich und es wirkte die ganze Zeit, ich weiß noch, ziemlich so verwirrend, ich so, okay, nun sag endlich, was ist. Es wurde immer länger hinausgezögert, immer, immer länger hinausgezögert, immer ein halbes Jahr. Ja, dann war Paul Bearer wieder an der Seite des Undertakers, es gab das Match beim King of the Ring, wo er, wo er, der Undertaker, Pronouns per seinen Titel verteidigt hatte gegen Farouk und dann hatte noch Paul Bearer gesagt, noch ein Chokeslam, noch ein Chokeslam, noch ein Tombstone, if you please. Also bitte, so ein bisschen verachtend. Und irgendwann ist dem Undertaker der Kragen geplatzt und dann hat Paul Bearer quasi die Bombe auch platzen lassen und hat gesagt, Cain lebt, Cain lives, that man, Cain lives. Cain, der jüngere Bruder des Undertakers. Jetzt kommen die ersten, es hieß doch auch mal Cain the Undertaker ganz zu Beginn. Ich habe es gesehen bei einem Bericht, wo Lord Alfred Hayes es gesagt hatte, das war, glaube ich, aber nur einmal angekündigt. Also Cain, klar, von Cain gegen Abel, da spielen wir das Ganze natürlich auch nochmal an, religiös natürlich, weil die Bibelgeschichten sind die ältesten Geschichten der Welt, die besten Storylines. Oh, ich weiß nicht, ob ich damit, im Wrestling sagen wir es auch so, die besten Storylines stehen in der Bibel und wenn ihr die als Anlass nehmt, dann, die funktionieren mal relativ vielen Menschen, wie schon bewiesen ist. Und daher Cain, der dann dazu auch noch kam. Und Cain, das Witzige fällt mir gerade ein, Cain und Cole Harlem Heat. Und Cain wurde auch so geschrieben, Cain war Stevie Ray, oder? Cain war Stevie Ray und Cole war Booker T. Nee, es war nicht umgekehrt. Das ist auch wieder so. Die Sache bei der WZW gab es auch schon, Cain. So, jetzt muss ich mal kurz Edinburgh Castle weglegen. Das piekt nämlich hinten in den Allerwertesten. Also, Paul Vera hatte Cain angekündigt, nur er kam einfach nicht. Und das waren jetzt die Voraussetzungen auf der anderen Seite des Undertakers. Dann das Match beim Summerslam, Bret Hart gegen den Undertaker um den Titel. Bret Hart gewinnt den Titel. Und das Ende des Matches war sehr geil, weil Shawn Michaels einfach mit sich gerungen hat, überhaupt Bret Hart den Sieg zuzusprechen. Da gab es diesen Stuhlschlag, nachdem er angespuckt wurde von Bret Hart. Lange, lange, lange haben wir Ähnliches nicht mehr gesehen. Erst jetzt vor kurzem haben wir es gesehen zwischen Drew McIntyre und CM Punk, wo Seth Rollins der Gastringerichter war. Da haben wir das Ganze mal wieder aufgegriffen. Da passt es durchaus ein bisschen. Wobei, da habe ich im Review auch gesagt, hier auf meinem Channel, könnt ihr euch das Ganze ansehen, dass Seth Rollins einfach so over the top in seiner ganzen Habe, warum diese Ernsthaftigkeit darzustellen. Und im Nachhinein haben wir ja gesehen, er ist ein Störfaktor in der CM Punk, Drew McIntyre, 1 gegen 1 Konfrontation. Und zurück ins Jahr 97. Jetzt wollte natürlich der Undertaker, das hat im Endeffekt auch Bruce Prichard gesagt. Bruce Prichard hat relativ klar gesagt, okay, wir mussten den Undertaker, nachdem er den Titel verliert, damit er nicht sofort wieder auf den Titel von Bret Hart geht, er brauchte etwas. Und das eigentliche Match Bret Hart von Michaels war für später angedacht. Und Sean brauchte auch so eine gewisse Stärkung bis dahin, dass auch sein Bösewicht-Charakter, der er gerade erst geworden ist, auch nochmal gestärkt wird. So, der Undertaker hat jetzt offenkundig, das ist, ich hoffe so, dass Promoter oder Leute, die im deutschen Wrestling-Hour arbeiten, wenn jemand euch das sagt, nicht sofort Rückmatch. Ihr könnt mit einer anderen Geschichte das Ganze wieder aufbauen. Das ist das Paradebeispiel, weil der Undertaker hat den Titel verloren und dann ist es nicht so, okay, wir machen jetzt direkt das nächste Rückmatch. Rückmatch ergibt in manchen Formen auch Sinn. Hier ist es so ganz klar ausgelegt, er geht weg aus dieser Bret Hart-Geschichte, glaubhaft, und er will Shawn Michaels in die Finger kriegen, unbedingt. Und das hat er dann, es gab das erste Mal, first time ever, Shawn Michaels gegen den Undertaker bei Newhouse, 17, Ground Zero. Warum Ground Zero? Es war das erste Mal, dass in Your House drei Stunden lang war, davor war es in zwei Stunden Pay-Per-View, hatte auch, ich glaube, fünf oder zehn Dollar weniger als Pay-Per-View. Ja, du hast für die einzelnen Events bezahlt. Das ist eben der Unterschied zwischen Pay-Per-View und Premium-Live-Event. Um es hier zu sein, die Premium-Live-Events sind in einer Pauschale drinne. Und Pay-Per-Views das andere. Ich grüße an dieser Stelle Slaughter. Da ist er wieder! Ist ja geil, jedes Video habe ich hier bei mir irgendwas abgehend. Aber es gehört ja so. Ach, ehrlich, wenn wir das nicht hätten, hätten wir gar keinen Spaß. Das Match bei Ground Zero war ein Match durch Eingriffe. Es gab keinen klaren Sieger am Ende. Was jedoch sehr in Erinnerung blieb, war dieser Dive des Undertakers nach draußen. Als alle draußen waren, er springt einmal rüber. Den, den wir bei WrestleMania quasi immer erwartet haben und dort gesehen haben, der war da, wenn ich mich erinnere. Also entweder war es das erste Mal oder eines wirklich der erste Mal. Und das ist nicht einfach ein Spot, sondern gesetzt, dass er in Erinnerung bleibt. Da hatte kein anderer irgendwie sowas an dem Abend gemacht. Und es schloss das Ganze ab in all diesem Chaos. Da fliegt plötzlich der Undertaker, weil er Shawn Michaels nochmal in die Finger kriegen will. Das ist die ganze Geschichte, die du dann natürlich auch als Kommentator erzählen musst. Weil wie sollen Zuschauer das wissen, wenn ein Kommentator damit beschäftigt ist, sich selbst sauber zu bringen? Das ist auch wieder das nächste Thema. Also auch da, Commentary, wie wichtig das ist im Wrestling. Worauf, wenn Leute kommentieren wollen, auch achten müssen. Worauf du, du musst komplett die Fanbrille weglegen. Du bist es nicht. Ist egal, ob du auf Twitter liest. Der hat gesagt, ich will das. Ist egal. Du musst die Bookerbrille aufsetzen. Wenn du sie nicht hast, dann call es wirklich wie ein Zuschauer, dass du gerade siehst, hey, hier könnte gerade echt was Schwerwiegendes passieren. Das ist da der Hintergrund, warum dieser Spot auch in Erinnerung bleibt, dass der Undertaker ihn gemacht hat und die Geschichte dahinter. So, und jetzt will er Shawn Michaels wieder in die Finger bekommen. Eins gegen eins. Shawn Michaels hat das natürlich in der Zeit ausgenutzt, seinen Charakter noch ein bisschen mehr Tiefe zu verleihen und immer weiterzuentwickeln und immer noch weiter zu provozieren, zu reizen. Jetzt nicht nur gegen Bret Hart, sondern auch den Undertaker. Und er hat Unterstützung dabei. Und das war die Zeit, in der sich die Generation X gegründet, entwickelt hat. Und die ersten Mitglieder, klar, waren dann Triple H. Das hatte sich nachher im Tag Team Match bei Raw gegründet. China, die ja die Begleitung von Hunter Hearst Hemsley damals, so hieß er auch noch komplett, wobei auch angekündigt wurde als Triple H. Hunter Hearst Hemsley, der King of the Ring des Jahres 1997. 1997 und das vierte Mitglied, Ravishing Rick Rude, beziehungsweise nur Rick Rude auch genannt, als Sprachrohr, Bodyguard, was du dazu haben möchtest. Das war die Original-DX, wenn man es so haben will. Also nie vergessen, da war Rick Rude das Original-Mitglied zu Beginn. Und dann mit dieser DX im Rücken, es gab immer diesen Eingriff. Und um diese Eingriffe auch außen vor zu lassen, beziehungsweise wie das Match bei Ground Zero endete, da ein Ende zu gewährleisten, wurde ein Käfig-Match, ein Cage-Match angesetzt, nur nicht irgendeins, sondern Shawn Michaels müsse durch die Hölle gehen. Hell in a Cell. So kam es zu diesem Match. Und jetzt kommt dieses Besondere. Wie ist so ein Match überhaupt entstanden? Wie die Idee, weil WWE war in der Hinsicht bekannt, sie haben sich immer unterschieden, unterscheiden wollen und haben den großen blauen Käfig gehabt mit diesem Eisenstang, der war auf was Aktive sagten, einfach zu der Zeit. Der tat weh, der tat richtig weh. Er war halt gut zu klettern. Einer der Ursprungsgedanken war auch einfach, die Leute bei WWE früher, auch in den 80er-Mann einfach größer als die meisten anderen und durch die Struktur dieses blauen Käfigs, oder der war auch schwarz dann später in den 90er-Jahren. Aber der Ursprungsgedanke, warum er gemacht wurde, die großen Leute bei WWE können dem besser klettern. Auch ein Hogan, der kann dem besser klettern. Oder wer auch immer da war. Klar, Unreal the Giant hatte auch viele Käfig-Match, aber der ist dann halt durch die Tür gegangen. So, das war der wirklich plumper Grund. Was heißt plump? Einfach ein praktischer Grund. Das bringt es, glaube ich, eher auf den Punkt. Der Käfig, so kannst du ihn besser klettern. Der Maschendrahtzaun, wie wir ihn haben, der war eher bei der NWA bekannt, bei der WCW für uns bekannt, wie wir den gesehen hatten. Wobei es auch bei der WCW andere Käfige gab, den Thunder Cage zum Beispiel, beziehungsweise in seiner ersten Inkarnation hieß er Thunder Dome Cage. Im Jahr 89 müsste das gewesen sein. Mit Sting, Ric Flair, Great Muta, Terry Funk. Das müsste, dieses Tag Team Match, wo es relativ präsent war. Ich versuche mich jetzt, Halloween Havoc 89 müsste das gewesen sein. Auf jeden Fall gab es, es gab, wenn es nicht da das Cage-Match war, die Thunder Dome Cage, schon war es bei einer anderen Situation. Super Brawl 4, da war es der Thunder Cage tatsächlich. Hogan gegen Vader mit Gastring-Richter, The Boss, Guardian Angel, Big Baba. Alles hat er mitgemacht. Der ehemalige Big Bossman. Zu der damaligen Zeit war ein gewisser Jim Cornett und nicht nur Jim Cornett, sondern natürlich auch mehrere. Pepp Patterson dabei, Brisco dabei, Bruce Pritchard war zu der Zeit dabei und die waren in einem Kreativ-Team. Also wirklich damals saßen sie auch klassisch bei Vince McMahon und haben die Shows zusammengestellt. Im Endeffekt. Klassisches Wrestling Booking, wie du es in einem Team machst. Und du kannst jetzt nicht sagen, diese eine Idee stammt davon, es gibt verschiedene Leute, sagen verschiedene Dinge und die Frage ist dann immer, okay, wie ist es tatsächlich entstanden? Shawn Michaels hat in einer seiner DVD-Releases, es müsste bei From the Vault sein, wo er gesagt hat, er hat The Last Battle of Atlanta gesehen. Es war Tommy Rich, Buzz Sawyer und das war der Reiz. Das hatte er damals dann Vince McMahon gesagt und plötzlich gab es Hell in a Cell. Das Besondere an dem Käfig-Match war einfach, dass dieser Maschendrahtzaun war und ein Dach obendrauf war. Also es ist ein geschlossener Käfig war. So, jetzt kommen natürlich von der anderen Seite, Jim Cornett hat natürlich die Geschichte einfach auch zitiert, der alte Memphis-Käfig war dieser Käfig, bei dem außerhalb des Rings dieser Bereich direkt am Ring mit in den Käfig eingeschlossen war, so wie wir es bei Hell in a Cell gesehen haben und der alte Wargames-Käfig, Wargames habe ich hier, glaube ich, hier habe ich es auch nochmal platziert, ist ja ein wirklich Klassiker, bei der NWA gewesen. Das war von Dusty Rhodes mit die Erfindung, beziehungsweise gilt als die Erfindung, wo zwei Ringe nebeneinander waren und er den Käfig genommen hat und ein Dach einfach noch drauf gesetzt hat. Also diese Kombination spielte da eine Rolle, woraus im Endeffekt Hell in a Cell wurde. Wer hat recht? Wer hat recht? Alle und niemand. Das ist immer die richtige Antwort, gerade wenn es um Wrestling-Booking geht, wenn viele auch ihre Eindrücke bringen, weil alle haben recht in dem Sinne, aber es war nicht immer der eine. Und so kann ich euch auch sagen, funktioniert Wrestling-Booking. Du sitzt mit einem Team, dem du vertraust, bei dem du immer weißt, wenn du einen Promoter hast, bei dem weißt du, der tickt wie ich und ich bin sein Booker und da ist noch einer und ihr wisst, auf das Ziel wollen wir hinaus. Dann könnt ihr Ideen so gegeneinander oder zusammenspielen, nicht anspielen, sondern wirklich zusammenspielen. Der sagt, ich will das. Okay, dann will ich einen Käfig haben. Ich habe das mal gesehen. Ich möchte das mit ins Spiel bringen. Und der andere sagt, ich habe das mal gesehen. Können wir das in irgendeiner Form kombinieren? Ja, das passt so nicht. Vielleicht können wir so die ganze Geschichte. So entstehen diese Dinge und in dem Fall Hell in a Cell als Struktur so entstanden und das zeichnet das Ganze aus, dass du in einem kreativen Prozess, wo du dann am Ende nicht sagen kannst, ja, das war hier. Ein guter Leader steht nicht vorne weg und winkt sich zu, wie geil er ist, sondern er steht hinten und nimmt den Letzten, der noch ist, mit und stellt seine Leute vorne weg. Das ist ein guter Leader. Ein schlechter Leader steht nicht hinten und schwingt mit der Peitsche. So ist Teamarbeit eben auch zu entwickeln und das hat dann Hell in a Cell sehr, sehr großartig einfach entwickelt zu dieser Struktur und jetzt kommen die beiden Hauptdarsteller, Protagonist, Antagonist ins Spiel. Die Voraussetzungen waren ideal. Undertaker, gegen Shawn Michaels für das Match und das Match wird jetzt zu dem Match selber, was da alles nicht gefeiert wird und zu Recht, wenn wir schon den Beginn sehen, Shawn Michaels kommt so richtig selbstbewusst, cocky, arrogant, selbstgefällig, raus bei dem Ganzen und dann stellt sich natürlich die Frage, okay, krass, ne, mit so einem Selbstbewusstsein kommt, er präsentiert sich so auch im Käfig und dann kommt der Undertaker raus und der Undertaker steht dann auf der Treppe, die Lichter gehen an und dann ändert sich sofort, ich wollte schnipsen, jetzt ging's, sofort der Gesichtsausdruck von Shawn Michaels und da war für jeden klar, jetzt passiert was und Shawn Michaels ist, das war Heal, Heal ist nicht Badass, Heal, ich bin gefesselt von einem, nein, ich gebe nicht auf und ich mache nicht, dann bist du kein Heal, bist kein Bösewicht, ein Bösewicht ist, wenn er sich in die Hosen scheißt und wenn es wirklich drauf ankommt und das hat Shawn Michaels gemacht und da hat er, der war nicht in seiner Rolle sondern das war's, dieses Wort Rolle, wird immer falsch genommen, das war Shawn Michaels, diese Figur Shawn Michaels, das ist, Wrestling ist Method Acting, wenn ihr es so haben wollt und das war wunderbar gemacht, denn jetzt steht er eingeschlossen gegen den Undertaker in einer Struktur, in der niemand vorher stand, liegt er genau, er ist wahrhaftig in der Hölle angekommen und dann blickt er sich so um, genial, das sind Charaktermomente, wir können viel über die Highspots und sonst was reden, um die Charaktermomente geht es und ich bitte euch, wenn ihr das seht, achtet darauf, wie wirklich die Körpersprache sich ändert, grandios, ich bin kein großer, ich bin nicht der große Shawn Michaels Fan, ich habe es hier glaube ich auch schon ein paar Mal gesagt, ich bin halt der Brad Hart Fan in der Art und für mich war immer so Brad Hart, er war der Gegenspieler von Brad Hart und auch gerade die Zeit von Shawn Michaels war nicht ganz sauber, ich habe meinen Smile, mein Lächeln verloren, du kannst ihm nicht abstreiten, Shawn Michaels, dass er großartig als Wrestler ist und das ist eben das Gesamtpaket, er war natürlich körperlich, athletisch, seinen, allen anderen voraus und hat das Ganze auch sehr ausgespielt, ja als Charakter, alles bewiesen und deshalb funktioniert es auch, der Undertaker als Riesengefahr und merken wir uns das Ganze mal hier, Shawn Michaels eingeschüchtert, das Match begann auch so, der Undertaker dominiert, Babyface scheint, so wie es sich gehört und irgendwann musste Shawn Michaels, dieser, dieser Tritt ans Knie, wird man jetzt sonst wie geil callen, um, du musst eigentlich da auch nur callen, wieder als Kommentator, diese Verzweiflung, Shawn Michaels, war es, er konnte nichts und versucht sich irgendwie mit Händen und Füßen zu wehren und hat einen kurzen, so eine Abkürzung gefunden, um den Undertaker dann auszubremsen, um dann selbst irgendwie wieder ins Geschehen eingreifen zu können und so entwickelte sich halt das Match. Er hatte ein bisschen Frust mit dem Kameramann aufgebaut, ach, das wollte ich noch sagen, zum Anfang, super Detail, super Kleinigkeit, damit auch keiner eingreift, Commissioner Slaughter, Sergeant Slaughter war ja Commissioner und einer der Ringe, das müsste ein Hemdner gewesen sein mit der Taschenlampe unterm Ring. Wundervoll. Genau solche Kleinigkeiten. Wenn der Käfig runtergeht, nicht, dass irgendeiner unten ist und damit weißt du genau nur noch die beiden, damit spielst du. Wunderschön, wunderschön, das wollte ich hier auf keinen Fall vergessen. Der Frust, den Shawn Michaels mit dem Kameramann hatte, das bildete sich ja auch. Der stand ihm quasi im Weg, dann hat er ihn weggeschubst. Dann ging es halt immer so weiter und als er dann getroffen war, der Kameramann, musste er rausgeschafft werden und nur deshalb wurde die Käfigtür geöffnet. Aus dem ursprünglichen dann halt nochmal neu verschlossen. Aber nur deshalb wurde diese Käfigtür geöffnet und was macht dieser schleimige, dieser Angsthase, an Bösewicht Shawn Michaels, nicht, ich bin tough, geil, sondern ich flüchte, ich will mit dem nichts zu tun haben. So funktioniert, nur so, nur so, liebe Heels, stellt ihr ein Babyface stark und das ist die Aufgabe eines Heels. Dann bist du ein guter Heels und das hat er da gemacht. Und übrigens, Shawn Michaels gilt als einer der Größten und er war ein Angsthase. Ich weiß nicht, ob das so bei den meisten Sätzen war. Alle Heels wollen geil sein. Wirklich, wenn ich es bei Indie-Shows sehe, ich verstehe es nicht. Guckt Wrestling und da ist es so gewinnt, er ist weggerannt. Und natürlich, weil dann kommt das starke Babyface Undertaker und er greift ihn sich, wirft ihn dann in den Käfig rein. Auch diese Kameraperspektive, also wir reden, also Fernsehen, visuelles Medium, auch das perfekt gemacht, als ob Shawn Michaels in mein Wohnzimmer springt. Diese Überbrückung so kurz zu haben, so nah er kommt, einfach genial. Und dann, wenn Shawn Michaels nichts mehr hat, dann flüchtet er halt nach oben, weil der Große, der ist vielleicht stark und sonst was, aber der nie im Leben klettert der nach oben. Also bin ich da, erstmal in Sicherheit vom Wegen der Undertaker geht wett. Alles hat einen Sinn gehabt. Wie großartig kann das eigentlich noch sein? Geht nach oben und deswegen baut sich Drama in einem Match auf, weil alles mit Sinn ergibt und das tat es in diesem Match. Da waren sie oben und dann Shawn Michaels am Rand und er hängt so verzweifelt an einer Hand. Deswegen hängt er verzweifelt an einer Hand. Er will jetzt natürlich nicht runterfallen, ist am Käfigrand und der berühmte Call von Jerry Lawler, kein toller Reim oder da wird meine Orange ganz feucht in meiner Ritze. Ich habe keine Ahnung, was es da für wunderschöne Videos gibt, die überall rausgehauen werden, was die tollsten des Sonnenfußball-Kommentatoren sagen oder da liegt das Fett auf dem Grill. Ich habe keine Ahnung. Incoming! 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 Jerry Lawler einfach. Und das stimmte. Diese, diese, oh, da kommt jemand, da kommt jemand. Das langt. Das ist authentisch. Das ist echt. Das ist ein Call eines Kommentators. Und dann kracht schon Michaels da durch. Meine Güte, ich habe heute aber auch alles drauf getreten, was da ist. Ist halt so. Das sind wichtige Dinge, die das Ganze, wenn irgendeiner da das nicht seine Rolle mit erfüllt, dann hätte dieses Gesamtkonstrukt so nicht funktioniert. So, wo wir jetzt eigentlich nur in diesem Match, und das ist das Großartige, wir waren in dieser Dramaturgie des Matches drin. Wir dürfen nicht vergessen, es ging gar nicht um den Titel, aber es waren natürlich bei Inyo aus 18 Bad Blood Namensgeber dieses Matches. Die Geschichte war dann ja noch gar nicht beendet, sondern das eigentliche Highlight kam ja eigentlich. Wir hatten das Ganze dann im, im Ring muss das Ganze angeklärt werden. Wir sind wieder im Hell in a Cell Käfig. Lichter gehen aus, diese Klänge wie von einer Kirchenorgel, die wir dann hören. Die Musik kannten wir nicht und raus kommt eine monströse Erscheinung, angeführt von Paul Barra. Nie gesehen und es schreit Vince McMahon That's gotta be Kane! Das muss Kane sein! Weil Paul Barra es natürlich über Monate angekündigt hat. Ja, und das war Kane. Und Kane reißt die Tür aus den Angeln, um nochmal du demonstrierst, was für ein Riesenmonster er ist und wie gefährlich der eigentlich ist. Und dann steht er dem Undertaker gegenüber. Ist auch noch größer als der Undertaker. Klar, mit der Maske in Rot, das verbrannte Gesicht, all das, was wir erklärt haben. Paul Barra völlig siegssicher und der Undertaker wirkt schockiert. Nie hat er diesen Ausdruck gehabt. Erst vor kurzem hat der Undertaker das Debüt von Kane angesprochen, mit Kane zusammen bei seinem Podcast und da hat er auch gesagt, da ist ein größerer Kerl als ich und er wusste auch, wieder, meine Lieben, den anderen stark darstellen. Dadurch profitieren beide und nicht, ich bin nachher, wer bist du denn? Du bist also mein toter Bruder. Dich habe ich einmal verbrannt, dich verbrenne ich ein zweites Mal. So würde das heute wahrscheinlich bei manchen im Kopf ablaufen. nein, der ist da, schockierter Gesichtsausdruck des Undertakers und dann der Undertaker macht so, die Lichter gehen an, Kane macht runter mit den Händen und dann schießt das Feuer aus der Hölle, Hell in a Cell, dann raus. Und da will er ihn halt auch hinziehen. Kane will den Undertaker in die Hölle zerren, wo er ihn hat schmoren lassen. Und als diese Explosion war, der Undertaker dreht sich verzweifelt rum, weil er das alles nicht kennt und seine Körpersprache das, das meinte der Undertaker halt auch in seinem Podcast, das musste er machen. Er musste hier dieses Zeichen eben auch setzen. Er konnte nicht einfach so an die Tagesordnung rüber gehen und das war für diesen Charakter Kane auch wichtig. Und diese Schwäche, die der Undertaker gezeigt hat, wir hatten vorhin das Beispiel mit Shawn Michaels, wie er diese Verunsicherung hatte, die hat jetzt schon, die hat jetzt der Undertaker 20 Minuten oder 25 Minuten später gehabt, weil er Kane gegenüber stand. Brillant. Nur durch Körpersprache. Nur durch Reaktion auf den anderen. Und das hat den anderen groß gemacht. Und so wirkte dieses Debüt von Kane noch bedrohlicher, weil er ihn sich dann schnappte und dann mit seinen Aktionen noch geplättet hatte. Der Undertaker am Boden und Shawn Michaels gewinnt, ist damit neuer Top-Herausforderer auf den WWF-Champion-Titel. Ich sag, immer wenn ich in die Zeit gehe, WWF-Champion-Titel, also, und ich zeige Ihnen auch immer wieder stolz, den Titel von Bret Hart, denn darum ging es ja auch in der Auseinandersetzung, dass der Sieger ein Titelmatch bei der Survivor Series bekommt. Und was da passiert ist, das wissen wir, das wären, glaube ich, sieben Videos, wobei da wird auch schon alles Mögliche gesagt, aber ihr wisst, das wäre dann ein anderes Thema, was da passiert ist. Shawn Michaels, irgendwie hat er das Ganze überstanden, Hell in a Cell gewonnen, der Undertaker am Boden und hat jetzt quasi den nächsten Konflikt, nämlich mit Kane. Das heißt, der Undertaker verliert diese Pay-Per-View-Matches, nur er ist dann nicht schwach dargestellt oder so eine Geschichte, was dann immer gesagt, nein, er geht in die nächste persönliche, in die noch persönlichere Rivalität raus. Das heißt, er war Champion und steht am Ende eigentlich noch stärker dabei. Am Ende hat er ja die großen Matches gewonnen, unter anderem dann das erste Aufeinandertreffen bei WrestleMania 14 gegen Kane. Das macht es besonders. WWE hatte große Probleme zu der Zeit, weil die WCW wirklich das Kommando übernommen hat, durch die NWO-Geschichte. Die NWO hat einfach alles überstrahlt und WWE musste einfach zu der Zeit sich neu erfinden und so wurde in dieser Zeit die Attitude-Ära mitentwickelt und da war eben diese Neustruktur oder Neumodellierung des Undertakers ein wichtiger Faktor und Shawn Michaels, was viel vergessen wird, Shawn Michaels, Bret Hart, das sind eigentlich die Gründer der Attitude-Ära durch ihre Art. Stone Cold Steve Austin konnte da wunderbar mit reinspielen. Aus Hunter Hearst-Hamsey wird Triple H. Das alles geschieht gerade in diesem Jahr 1997, was wir da sehen und in diesen großen Storys haben sich großartige Dinge entwickelt, die WWE wahrhaftig das Leben gerettet hat, die da kam. War eben großartige Performer vor der Kamera und auch hinter der Kamera waren, die das Ganze somit forciert haben und das spielt dann auch eine Rolle. Jetzt kommt wieder, um nochmal diese verschiedenen Theorien auch zu stützen, dieses es kommt jemand zum Debüt und reißt die Käfigtür raus. Ich hatte Jim Cornett angesprochen, dass er das Beispiel genommen hat. Ehrlich gesagt, das war meine Idee. Ich habe das einfach gemacht, was ich gesehen hatte. Es war bei Continental Championship Wrestling. Es war von Jerry Jarrett gebuckt und Kevin Sullivan müsste da auch mit eine Rolle gespielt haben. Es war ein Käfigmatch und in diesem Käfigmatch hatte Kevin Sullivan dann offizieller angegriffen und die Käfigtür war zu. Keiner kam rein. Der Käfig war viel niedriger und dann kam das Debüt von Doug Furnace also einer der stärksten Männer der Welt oder Rekord Powerlifter was war. Er war völlig unbekannt und das Debüt von ihm war ganz einfach, dass er zum Käfig stürmte nachdem Kevin Sullivan ihm zugemacht hat und dieser Beatdown mit ganz vielen auch offiziellen nach dem Match dort drin war nach dem Match und Doug Furnace die Käfigtür rausgerissen hat. Das war das erste Mal und danach nicht mehr und das war auch so. Jim Cornett hat es mit einfach in den Raum geworfen. Das ist doch da passiert. Können wir doch auch mit einbauen. Und so ist dieser ganze Prozess auch zum Debüt von Kane mit entstanden. Es gibt verschiedene Theorien warum dieses Hell in a Cell auch da eigentlich wurde es, das hat Bruce Pritchard mitgesagt, das hat der Undertaker selber auch gesagt, das war bei Stone Cold Steve Austin. Hell in a Cell existierte für das Debüt von Kane und da sind wir wieder. Doug Furnace Debüt genauso Kane Debüt. Er kommt und reißt diese Käfigtür aus den Angeln. Das stellt halt auch noch mal was Besonderes da. Was ist das für ein Monster, das das macht, bevor keiner ist reingekommen, dann wurde sie wieder versperrt und damit es auf keinen Fall ist. Also diese ganzen Geschichten haben wir später dann natürlich gesehen, Mark Henry ganz berühmt, dass er sie rausgerissen hatte, diese Käfigtür. All diese Sachen. Es gab es einmal und was mit dem Wrestling funktioniert, wenn du es nach einer langen Zeit wieder machst, wenn du wirklich lange Zeit verstreichen lässt, dann vergisst es der Zuschauer und wenn du es dann machst, wirkt es wie neu. Und wenn du dann so ein paar Sachen mit verbindest, wie wir es hier bei der Entwicklung des Hellen-Essay-Käfigs gesagt haben, dann hast du was Großes geschaffen. So ein bisschen Memphis Cage hier, so ein bisschen Last Battle of Atlanta da, Wargames da noch gemacht, diese Kontrahenten, das Debüt von Continental, was wir da gesagt haben, das könnt ihr sehen. Einfach, ich mache hier, ich gehe, soll ich das Risiko eingehen, Bilder wieder zu machen, dann wird wieder der Channel von mir geflaggt, also die Frage, warum ich es nicht mache, hatte ich die letzten Mal schon gesagt, gebt einfach Dark Furnace Save the Day bei YouTube ein, dann seht ihr das Ganze. Wenn dieses Video dafür verantwortlich ist, dass ich einen Flag kriege, dann habe ich es für euch jetzt zumindest gemacht. Das sind die Bilder dazu einfach, wie das, also es ist real existierend und deshalb, keiner hat recht und alle haben recht, wie das Ganze entstanden ist mit Hell in a Cell. Hell in a Cell, wie bei allem, es entwickelt sich immer weiter, Weiterentwicklung heißt nicht immer Weiterentwicklung nach oben, sondern auch ein bisschen der Zeit anpassen. In dem Match war er schon zu sehen, bei einem Backdrop, da ist Shawn Michaels mit den Füßen an die Decke gekommen, an die Decke des Käfigs, der wurde irgendwann auch größer, dieser Hell in a Cell Käfigen, natürlich bleiben wir erstmal, wenn wir kurz chronologisch bleiben, in den 90ern war es einfach das Match von Undertaker und Harness der 98 gegen Mankind, Mick Foley ist natürlich da ein sehr berühmtes aus den verschiedensten Gründen, weil die Schaumai, jetzt habe ich Schaumai jetzt die ganze Zeit im Kopf, wie Mankind halt von ganz oben runtergeflogen ist und auch er, er war der Erste halt und es war wahrhaftig, da hat ja auch Mick Foley gesagt, das Match, er wusste gar nicht, was er machen sollte, weil diese große Rivalität mit dem Undertaker war 98 eigentlich vorbei, sie hatten ihre 96 gehabt, die hatte ihren Blow-Off, es war, was sie bis 96, Undertaker als Batman und er wollte sich halt irgendwie überbieten und das war die Zeit des Monday Night War, dadurch ist das ganze ja erst so ein bisschen entstanden, fühlte er sich selbst in die Ecke gedrängt, so etwas zu machen und das war ja, Mick Foley konnte eine Sache gut, Riesenbumps nehmen und das hat er da halt ausgespielt, dann Mick Foley noch weiter gegen Triple H das große Match gewesen bei No Way Out 2000, wo er durch das Käfigdach in den Ringen geflogen ist, Triple H hat dann quasi, und Triple H und Undertaker haben beide quasi dann dieses Hell in a Cell Match als ihr Parade-Match auch genommen, Triple H hat viele Matches, ich erinnere mich vor allem an das Match gegen Chris Jericho, dieser Pedigree auf dem Käfigdach oder auch die Sachen, wo er von unten die Kamera gefilmt hat, unglaubliche Bilder, das hatten wir ja auch bei dem Hell in a Cell 97 Match ja auch gesehen, Triple H hatte gegen ganz viele Leute quasi, auch gegen Kevin Nash das Match gab, gegen Sean Michael 2004, das Match gab bei Bad Blood, es war eines, er hat 100 pro Ordnung, also er hat ganz viele andere, gegen Batista, den einen oder anderen habe ich jetzt vergessen aufzuzählen und der Undertaker auf der anderen Seite, das als ein Parade-Match, er hatte vor kurzem bei den Summerslam-Juwelen, die Summerslam-Matches, die besonderen Summerslam-Matches, auch sein Match gegen Edge genannt, er hatte sein Match gegen Randy Orton gehabt, auch gegen Kane dann später noch ein Hell in a Cell Match gehabt, also die beiden hatten das Hell in a Cell Match geprägt und dann war es umso besonders, dass die beiden dann natürlich beim End of an Era Wrestlemania Match bei Wrestlemania 28 in einem Hell in a Cell Match gegeneinander angetreten sind und gastringere ich dann auch noch, Sean Michaels war, so hatte sich ja bei dem Ganzen der Kreis geschlossen, was wir da gesehen hatten, deswegen hatte dieses Match etwas Besonderes, Hell in a Cell selber hat als Struktur eine Entwicklung genommen, 2006, da war es das erste und es müsste 2006 gewesen sein, wo der Hell in a Cell käfig größer wurde, das, was am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist wie Vince McMahon kopf in den Hintern von Big Show geschoben wurde und dann wurde Hell in a Cell eine Veranstaltung, ein Pay-Per-View Event und das haben wir gesehen, das kann man eigentlich ganz kurz halten, dass, wenn immer im Oktober dieses Match ist, ohne, vor allem dann zweimal oder dreimal, es war dann einfach das Match, das im Oktober stattfindet, klar, Hell in a Cell hatte seinen Reiz, du gehst hin, du weißt, oh, hier ist was, nur diese Rivalität, die war nicht so aufgebauscht und hitzig, also du weißt, jetzt geht es nur noch darum und dieses Match muss stattfinden und das hatte dem Ganzen sehr den Reiz von Hell in a Cell genommen, es ist einfach anders als ein Royal Rumble zum Beispiel, da weißt du auch, dieses Match findet einmal im Jahr statt, doch in diesem Zusammenhang mit Wrestlemania und es gehen ja eh alle in ihrer Art rein, sie kämpfen immer um dasselbe, nämlich eine Titelchance bei Wrestlemania, das macht ja das Royal Rumble Match besonders, das hattest du in der Form gar nicht bei Hell in a Cell, sondern Attraktion und das war ja eine Zeit lang auch Philosophie von WWE, Attraktion, Attraktion steht im Vordergrund vor den einzelnen Superstars und vor den einzelnen Wrestlern, die dabei sind, vor den einzelnen Rivalitäten, sondern nur die Attraktion zählt, Fatal 4-Way als Pay-Per-View, Breaking Point als Pay-Per-View, wo es nur durch Aufgabe geht, Bragging Rights, Rogging Smackdown, dieses Attraktionen-Booking oder nicht Booking, das ist der falsche Bericht, Attraktion Promoting, geht bis zu einer gewissen Zeit, ich war ja selber bei Hell in a Cell vor, ähm, das müsste inzwischen, also es war 2022, müsste es doch gewesen sein, wo Cody Rhodes mit dem gerissenen Brustenmuskel gegen Seth Rollins angetreten ist, da war ich ja auch froh, natürlich ist es beeindruckend, wenn du weißt, ey, ich gehe zu Hell in a Cell, da war es glücklicherweise, nein, es waren nicht zu viele Matches, sondern der Fokus war auf Cody Rhodes gegen Seth Rollins, da war es das Ende der Trilogie, die du da einfach hattest und er ist natürlich eine besondere Struktur, auch die Farbe hatte sich dann ja verändert, er wurde zu dem Roten und noch einmal, es war in den, war das 2018, als die Farbe sich verändert hat und nochmal symbolisieren, Fernsehen, visuelles Medium, sie sind in der Hölle förmlich, ich muss mich sehr dran gewöhnen, als ich das erste Mal diesen roten Käfig auch gesehen habe, weil für mich sieht dieser, dieser Stahlkäfig ja schon, also er kann schwarz sein, oder eben so, wie ich ihn kenne, dieses Rote wirkte sehr befremdlich auf mich, das Auge gewöhnt sich tatsächlich dran, dass es auch dieser rote Hell in a Cell ist, die meisten Sachen machst du einfach schwarz, weil das Schwarz verliert sich dann, wenn du mit dem Auge auch drauf siehst und dann sieht das Auge wie durch, deswegen Ringseile schwarz, weil die, die ganzen Bewegungen sind besser zu erkennen, das ist was anders, als wenn die Ringseile rot und blau sind, du nimmst die sehr präsent wahr, das Blaue, wenn du es nicht möchtest, wenn du auch lieber das bisschen, dass die Augen sich nur auf das fixieren können, wenn du dieses Branding gar nicht so im Vordergrund haben möchtest, schwarze Ringseile, das Auge verliert dieses Schwarz irgendwann dabei, deswegen auch ein Unterschied, wenn es weiß ist, grün ist immer gefährlich, weil blau ist eigentlich auch gefährlich, da musst du ein besonderes Blau auch haben, wie Smackdown Blau, weil bei vielen Dingen hast du grün und blau Filter drin, das ist so mal als kleiner Exkurs auch da, was wieder Fernsehen visuelles Medium, womit du da dann auch mit rein spielst, das sind quasi die Entwicklungen, die aus Hell in a Cell dann entstanden sind und die führen uns jetzt natürlich zu Bad Blood, dort sehen wir es hier im Punk gegen Drew McIntyre und da hat sich ja das Ganze aufgebauscht, dass es keine andere Möglichkeit gibt, wenn du es so machst und nicht mehrere Matches einfach so, jetzt ist es ein Match der Rivalität, John Cena, Randy Orton, Hell in a Cell Match, es war einfach eins von vielen, weil sie auch bei Breaking Point dieses Aufgaben Match hatten oder was, ein Quit Match, alles hatten sie, das ist nicht ideal und jetzt hat es ein besonderes Gewicht und auch die richtige Rivalität, die dort mit eingebaut wird, CM Punk, Drew McIntyre, deshalb jetzt bei Bad Blood zum Jubiläum der ersten Bad Blood Veranstaltung in Your House Bad Blood Veranstaltung werden wir das Ganze jetzt wieder sehen und deshalb wollte ich euch jetzt diese Geschichte des ersten Hell in a Cell Matches bei WWE erzählen. Ich hoffe, dass ihr ein paar Sachen auch gehört habt, die ihr vielleicht so noch nicht gehört hattet. Wenn nicht, dann hoffe ich, dass ihr trotzdem sehr viel Spaß dabei hattet. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid und auch so lange dann die ganzen Sachen mit folgt. Schön, dass ihr dabei seid, freut mich natürlich jedes Mal, das sage ich euch von Herzen. Ein kurzer Kommentar vom lieben Seepirot8618. Du hattest unter das letzte Video, wo ich die Geschichte der ersten WCW Nitro Ausgabe einige Hintergründe genannt habe, auch kommentiert. Also danke auch für deinen und auch für die Kommentare aller anderen und da hattest du rein geschoben. Schade, dass deine Videos nicht mehr Leute erreichen. Du hast viele interessante Einblicke aus dem Maschinenraum. Vielen, vielen Dank dafür und ja, schade einerseits. Andererseits freut mich umso mehr, dass wir so einen kleinen, so einen eingeschworenen Haufen auch haben. Freut mich natürlich, wenn immer mehr dazu kommen und ihr die Sachen teilt und das Ganze euch mit anseht. Deshalb habe ich es jetzt auch mit auf iTunes gemacht, auf Spotify. Seht ihr ja das Video auch mit. Das ist schön, euch dabei zu haben und die Art und Weise, wie wir miteinander reden und diese ganzen Geschichten miteinander teilen. Das ist mir schon sehr wertvoll. Ich weiß, ich hatte eine Zeit lang Videos hier ja gemacht. Ich habe es vorhin im Video auch schon mal angesprochen, warum ich es nicht mehr mache. Da habe ich einmal einen YouTube-Flag bekommen, obwohl ich immer sehr kurz und dachte, hey, kann sie ja mal machen. Das war nicht so geil. Und das ist es mir dann auch nicht wert, dann alles irgendwie zu riskieren. Deswegen gebe ich euch, wie es beim letzten Mal meinte, ich erzähle euch meine Version von hier und von hier. Und da stimmt auch der liebe Slaughter zu. Der hat ja auch, du hattest auch geschrieben, beim Thema WCW fahre ich, größeres Geschütz auf, dachte ich mir. Was ist heute bei Hell in a Set? Also, Easy B grüße ich an dieser Stelle. Oh, what a difference a day makes 24 little hours. Ja, lieber Nils, ich könnte auch bald. Den Bart habe ich seit Batch in Berlin nicht mehr rasiert. Tatsächlich müsste eigentlich auch mal bald wieder sein. Und es war ein Zitat von Rick Root. Rick Root, einer der Mitgründer oder Gründungsmitglieder von D-Generation X und er ging ja zur WCW am Ende des Jahres 1997 nach dem Montreal Screwjob, nach der Survival Series und war dann zeitgleich bei Raw und bei Nitro zu sehen, weil Raw aufgezeichnet war, da der im Vollbart und bei Nitro war er rasiert. Oh, what a difference a day makes. Das ist der Hintergrund dazu. Ja, und das war meine... Und das ist mein Stichwort zu sagen, das war's dann für dieses Video. Ist auch nicht zum ersten Mal passiert. Ich hätte auch drauf kommen können. Ich muss noch was anderes überlegen für die Ecke da. Weiß ich noch nicht. Es ist alles eine Entwicklung, Ideen hier und da aufgreifen, die dann kommen. Die Shirts von mir bekommt ihr im... Ne, nicht von mir. Meine Shirts bekommt ihr... Jetzt ist auch egal. Jetzt kann ich hier Chaos anrichten. So sehen meine Shirts auch aus. Gibt's aus... Gibt's auf getshirts.de slash valandizanti im SL-Wrestling-Shop und auch pro-wrestling-tees slash valandizanti pro-wrestling-tees.com slash valandizanti so rum. Wenn ihr die habt, verlinkt mich auf Instagram at valandizanti unterstrich zanti. Dann teile ich das Ganze. Vielleicht habe ich noch eine kleine Überraschung. Dann parat. Das freut mich auf jeden Fall sehr. Die WWE-Shirts aus dem Euroshop mit dem Code valandizanti 15. Der gilt dauerhaft. Der Code nutzt ihn gerne aus. Ob das Undertaker-Shirt gerade da ist, einfach mal checken, sonst ein anderes nehmen. Valandizanti 15 und ihr bekommt von mir 15% für euch, damit ihr die sparen könnt. Natürlich auch, wenn es eine größere Bestellung ist, da gelten auch die 15%. Wenn ihr drei Shirts oder so oder wie ich hier die NWO-Hose. So, genug Chaos angerichtet. Zum Ende, so wie ein Hell in the Cell-Match beendet werden sollte. In diesem Sinne und in jedem anderen. Schön, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch eine tolle Wrestling-Video. Was ist da los? Ich wollte sagen, gerne das Video liken, teilen, Kanal abonnieren, damit der Channel natürlich noch größer wird. Das freut mich dann, mehr von euch hier zusammen, von denen ihr auch wirklich glaubt, hey, die ticken wie wir. Wir brauchen nicht Leute, die alles besser sind. So wie wir sollen die ticken. Ich wünsche euch eine schöne Wrestling-Woche. Bis zum nächsten Mal. Dann gibt es wieder zu SmackDown die Reviews. Ich sehe euch natürlich Samstag ab 22 Uhr auf ProSie Max. Da kommentiere ich dann wieder SmackDown für euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Vielen Dank.